Um den Leersatz 6 zu verdeutlichen, betrachten wir ein System aus zwei glatten, starren Kugeln, die sich in einem Punkt P berühren. Durch den Berührpunkt P kann eine Tangentialebene gelegt werden. Merkmal dieser Tangentialebene ist es, dass sie nur den Punkt P als einzigen gemeinsamen Punkt mit den beiden Kugeln hat. Im Allgemeinen stellt man diese Verhältnisse aber nicht räumlich dar, sondern beschränkt sich auf eine zweidimensionale Seitenansicht. Wir erkennen in dieser Seitenansicht, dass die Tangentialebene dann zu einer Geraden entartet, die man auch als Berührtangente bezeichnet. Die Verhältnisse, die wir nun sehen, können natürlich auch als repräsentativ für zweidimensionale, scheibenförmige Starkkörper angesehen werden, von denen wir normalerweise in diesem Lernmodul ausgehen. Ein korrekter Freischnitt durch den Berührpunkt erfolgt nur exakt entlang der Tangentialebene bzw. entlang der Berührungstangente. Wie üblich ziehen wir die freigeschnittenen Teilkörper etwas auseinander, um mehr Platz zu haben für das Antragen der Schnittkräfte. Diese haben nun infolge der glatten Oberflächen senkrecht zur Tangentialebene bzw. Berührtangente im Punkt P anzugreifen. Wie üblich sind die Schmerzen der Schnittkräfte.